Eine Stimme aus der Wüste, das Neue Testament in sieben Versen. Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, ich freue mich richtig auf dieses Thema, weil ich rede so, so gerne über den Heiligen Geist. Dazu müsst ihr wissen, ich bin aus einer Pfingstgemeinde herkommen geprägt, weil ich lange Zeit Pastor, aber zur gleichen Zeit liebe ich auch den Evangelikalismus. Wenn man ein bisschen Schubladen packen will, dann bin ich vom Kopf her ein Evangelikaler und vom Herzen Pfingstler. Nein, das ist kein Ausschluss, ich liebe beides und ich bin überzeugt, wenn Bibel und Geist wieder mehr zusammenkommen, wenn wir aus dem Wort gegründet heraus mit der Kraft des Geistes rechnen, darin leben, mit den Geistesgaben umhergehen, uns zu schenken lassen, da ist dann wirklich die Kraft und die Macht verborgen, die wir so sehr brauchen, dass unser Christus auch wieder kraftvoll und anziehend und ansteckend sein darf. Heiliger Geist, darüber will ich mit euch reden. Doch bevor wir da einsteigen, eine herausfordernde Gedanke mal vorweg, nämlich, wenn der Heilige Geist von jetzt auf gleich einfach verschwinden würde, gehen würde, was er zum Glück ja nicht tut, also rein hypothetisch, würde es in deiner Gemeinde auffallen, würde es in deinem Leben auffallen, dass der Geist Gottes nicht da ist. Spannend zu überlegen, was deine erste Reaktion darauf ist. Ich habe die Befürchtung, dass es manchmal viel zu spät oder vielleicht sogar gar nicht auffällt. Vieles, was wir in der Gemeinde tun, würde einfach weiterlaufen. Und wir würden es vielleicht gar nicht merken, auch in unserem christlichen Leben, aber der Geist Gottes ist ja gerade derjenige, der uns bevollmächtigen will für unseren Dienst, in Kraft des Geistes zu dienen, Wunder und Zeichen, wie Jesus es getan hat, auch vollbringen zu können. Wir würden uns die Geistesgaben schenken, wir würden uns helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Es ist unser Tröster, unser Beistand und vieles, vieles mehr. Und ich hoffe, es fällt auf, es fällt auf, wenn er nicht mehr da wäre. Und es fällt vor allem auf, dass er da ist. Und er macht den Unterschied in unserem Leben. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, der Geist Gottes in mir. So wollen wir uns anschauen, wer ist der Heilige Geist, was waren seine Aufgaben, was hat er getan, zuerst im Alten Testament. Dann wollen wir uns mit Jesus und dem Heiligen Geist beschäftigen. Irgendwie hängen diese beiden zusammen und wer dieses, auch das, was dann am Pfingsten passiert ist, vorbereitet. Was waren dann die Erfahrungen der ersten Christen, der frühen Gemeinde? Das wollen wir uns auch noch anschauen, bevor es dann natürlich auch so ein bisschen wieder konkreter wird. Was ist der Heilige Geist, was ist die Aufgabe in der Gemeinde heute immer noch? Und dann werde ich auch noch schließen mit Epheser 5,18, wo Paulus auch sagt, lasst euch immer mehr, immer wieder vom Geist Gottes erfüllen. Und dann habe ich noch ein tolles Gebet von John Stott mitgebracht, das ich euch noch auf den Weg geben will. Genau. Dann wünsche ich euch viel Segen mit der Aufzeichnung von diesem Vortrag. Und ihr hört nochmal gleich von mir am Ende. Ja, schön, dass ihr hier vor Ort seid oder live eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zum sechsten Bibelabend in unserer Neuen Testament-Reihe. Heute mit dem spannenden Thema des Heiligen Geistes. Wenn wir kurz blicken, was schon hinter uns liegt, können wir, glaube ich, ganz schön stolz auf uns schon sein, was wir alles so mal ein bisschen tiefer studiert haben. Und der krönende Abschluss ist dann natürlich nächste Woche Vollendung, kleinen Ausblick in die Zukunft und die Offenbarung. Ich lese unseren Vers für heute Abend zu Beginn wieder vor und würde noch mit uns beten. Und passend zu diesem Abend zum Thema Heiligen Geist geht es heute um Römer 8, Vers 9. Da schreibt Paulus in einem ganz tollen Kapitel der Bibel, Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Jesus, ich danke dir und preise deinen Namen, dass wir nicht mehr unter der Herrschaft unserer eigenen Natur stehen, sondern dass du, Geist Gottes, in uns lebst und wir in dir wandeln dürfen. Und ich bete für diesen Abend her, dass du uns erfüllst noch mit deinem Geist, mit Frische, mit Freude, mit einer Lebendigkeit in unserem Glaubensleben, dass wir, ja, alles, was wir heute hören, verarbeiten und auch zehren. Ja, und dass du uns hilfst, das zu integrieren in so ein eigenes Leben her. Rede, wir rechnen damit, bitten dich um die nötige Konzentration noch an diesem Abend, dass du uns nochmal hilfst, ganz bei der Sache zu sein und dass du einfach durch dein Wort und durch deinen Geist in unser Herz hineinsprichst. Dafür beten wir, deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Stellt euch einmal kurz vor, ihr wärt ein Christ im ersten Jahrhundert nach Christus. Vieles würde euch sicherlich, ja, würde vieles vielleicht überfordert oder auch überrascht vorkommen, was wir in einer Gemeinde der ersten Stunde erleben würden. Ihr würdet wahrscheinlich viele Unterschiede erstmal ausmachen können. Andere Sprache, andere Kleidung, Versammlungsorte gab es noch nicht als Gemeinde. Das waren noch die Häuser. Und die Lieder, die gesungen worden waren, sind wahrscheinlich auch andere gewesen, als wir heute singen. Das sind jetzt alles keine markanten Unterschiede. Die sind alle auf die Kultur zurückzuführen. Ein Zentrum war aber allerdings das Wort Gottes. Das ist hoffentlich immer noch eine Gemeinsamkeit mit uns heute. Die Leitung der Gemeinde bestand damals aus Ältesten, Diakonen. Und vielleicht gab es auch schon die Aufseher, die Bischöfe. Taufen fanden regelmäßig statt. Und das Abendmahl wurde viel, viel häufiger gefeiert als heute in den meisten Kirchen. Wenn wir ein bisschen Zeit mit den ersten Christen verbringen würden, dann würden wahrscheinlich weitere Unterschiede deutlich werden. Nämlich, dass jeder dieser ersten Christen eine lebensverändernde Erfahrung mit Gott gehabt haben, die wir entweder nachempfinden können oder die etwas befremdlich auf uns wirken können. Denn bei der Nachfolge von Jesus Christus geht es weniger darum, was ich weiß von Jesus, über Jesus weiß, als vielmehr darum, was ich schon mit Jesus erlebt habe. Und das ist vor allem, so stelle ich mir das vor, und das wird auch aus dem Neuen Testament sehr deutlich, war das das Gesprächsthema Nummer eins in der Urgemeinde. Was hast du denn erlebt mit dem Geist Gottes, mit Jesus? Und das ist das ganze Thema, was wir heute Zeugnisse nennen. Die Gnadengaben oder generell, dass der Geist gegenwärtig war und ist und gewirkt hat, das hat die Gemeinde lebendig gemacht, vital. Ich glaube, da ist niemand eingeschlafen, obwohl mir fällt gerade ein, da ist jemand eingeschlafen bei einer Predigt von Paulus, gell? Und sogar verunglückt und Paulus hat das Beste getan, dass er wieder lebendig geworden ist. Und unser heutiger Vers, zumindest der zweite Teil, der drückt, denke ich, ganz gut das Selbstverständnis von den ersten Christen aus, wo sie sich selbst verstehen, den Geist Jesu, den Heiligen Geist zu haben. Und wenn jemand ihn nicht hat, dann kann er auch nicht zu Jesus gehören. Das ist so ein bisschen das Selbstverständnis der ersten Christen. Die ersten Christen wussten, dass Jesus ihnen was versprochen hatte. Nämlich, dass er selbst zum Vater gehen würde und dann seinen eigenen Geist senden wird. Jemanden, den die Welt nicht hat, nicht kennt, nicht empfangen kann. Das ist in Johannes 14 nachzulesen. Und dann wurde natürlich ihr Glauben auch wesentlich von dem Pfingstereignis geprägt und geformt, von der Ausgießung des Heiligen Geistes, dass sie ausgerüstet, befähigt worden sind mit göttlicher Kraft zum Dienst. Und wir würden heute bestimmt die erste Gemeinde als eine charismatische Gemeinde beschreiben. Als eine Pentakostale, um vielleicht nochmal genauer zu sein, weil wir sind ja in einer Pfingstgemeinde hier. Was bedeuten diese schönen Worte? Das meint eigentlich nur, dass das geistgewirkte, geistgefüllte Gemeinschaft war, wo der Geist geleitet und geführt hat. Und was das bedeutet, das wollen wir heute ein bisschen gemeinsam erkunden. Was haben wir bisher in den letzten Abenden betrachtet? Eine kleine Zusammenfassung nochmal, um hier anzukommen, zu landen heute Abend. Wir haben festgehalten, dass im Neuen Testament beginnt eine neue Epoche der Menschheitsgeschichte. Vieles, was an Versprechen, an Verheißungen im Alten Testament gegeben worden sind, finden hier ihre Erfüllung. Jesus ist gekommen, der Messias, der Christus, das Reich Gottes hat angefangen, mit all seinen himmlischen Werten sich auszubreiten in dieser Welt. Wir haben letzte Woche über diese neue Bundesgemeinschaft gesprochen, aus Juden und Heiden gleichermaßen. Und jetzt sind wir beim Heiligen Geist. Das Evangelium ist viel mehr als das Thema Sündenvergebung. Und das Evangelium, haben wir auch schon gesagt, ist viel mehr als nur unser Ticket, in den Himmel zu kommen. Im Herzen dieser ganzen Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt, ist die Vision, den Himmel auf die Erde zu bekommen. Und nicht uns in den Himmel. Das heißt, das große Ziel, die große Vision, alles nachzulesen in diesem wunderschönen Kapitel Römer 8, ist, diese Welt zu erneuern, wiederherzustellen. Es geht darum, die Dinge, die falsch laufen, wieder ins Lot zu bringen. Und dafür hat Gott sich einen Haufen von kleinen Sündern ausgesucht, wodurch er mit uns dieses Ziel verwirklich sehen will. Wir betonen immer wieder, und so fassen wir meistens ja auch das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus zusammen. Es geht um unsere persönliche Erlösung, um unsere Heiligung, also Jesus ähnlicher zu werden. Und wenn wir danach ganz gut sind, geht es noch um die Evangelisation oder Mission, dass das auch andere erfahren. Und diese Themen sind wichtig, das will ich gar nicht bestreiten. Aber damit ist noch nicht das ganze Evangelium auch erfasst. Es gibt so einen schönen Spruch, ich mag den gerne, weil ich kenne den. Das Evangelium ist nicht nur das ABC des christlichen Glaubens, sondern das A bis Z. Also es ist nicht so, dass du irgendwann mal das Evangelium glaubst und dann dich weiterentwickelst, darüber hinaus eine neue Lehre kommt oder so. Nein, das Evangelium ist Anfang und das Ende. Und das ist, was wir brauchen. Und Teil von diesem Evangelium ist es nämlich auch, dass Gott nicht nur uns Menschen retten möchte, sondern die ganze Schöpfung. Römer 8 wieder. Und nun, da können wir Gott sehr dankbar sein. Es ist nicht so, dass er uns mit dieser Mission alleine lässt. Es ist immer noch Gottes Mission. Wir reden in der Theologie davon, dass Gott der größte Missionar ist. Er ist der Ursprung. Aus seinem Herzen fließt diese Bewegung zu uns Menschen. Dass Gott sich zu uns Menschen bewegt, verändert seine Initiative in Gott selbst. Und wir dürfen darin involviert sein, aber er lenkt und führt. Und genau hier stoßen wir jetzt auf die Rolle des Heiligen Geistes, der in uns lebt und vor allem auch das Gemeindeleben gestaltet. Und mittlerweile müsstet ihr ja wissen, wie wir vorgehen, wenn wir ein neues Thema beackern. Wir fangen erst immer im Alten Testament an. Und das machen wir jetzt auch. Das Alte Testament und der Heilige Geist. Denn das Alte Testament oder aus dem Alten Testament heraus lernen wir zwei Voraussetzungen, die das Neue Testament wieder einfach voraussetzt, dass wir das wissen. Und dieses Fundament bildet dann die Basis, um den Heiligen Geist besser zu verstehen. Also zwei Ideen aus der Zeit Jesu wurden ganz bewusst von den ersten Christen abgelehnt. Die Gängen waren auch im frühen Judentum, zur Zeit der Griechen und auch der Römer. Und diese erste Idee, die abgelehnt worden ist, lautet, die ersten Christen lehnten die Vorstellung ab, dass Gott so weit weg von seiner Schöpfung sei, dass er persönlich nicht eingreifen würde. Und begründet wurde diese Idee da heraus, dass Gott ist ja vollkommen. Wir Menschen, die Erde ist es nicht. Und Vollkommenheit und Unvollkommenheit verträgt sich nicht gut. Gott sei deswegen ganz fern, ganz weit oben und wir Menschen ganz weit weg und unten. Das ist übrigens ansatzweise auch die Vorstellung im Islam. Gott, die ist ganz weit weg, steht über allem, ist erhaben. Also ganz transzendent. Diese Seite wird sehr stark betont. Und diese Idee, die kann man auch Dualismus nennen, die war gang und gäbe bei den Römern und bei den Griechen. Dass Gott abgeschnitten ist von seiner Schöpfung und mit ihr nicht so wirklich viel zu tun hat. Eine zweite Vorstellung, die abgelehnt worden ist, war, dass Gott vollkommen in seiner Schöpfung gegenwärtig ist oder wohnt. Dass man eben nicht Schöpfer und Schöpfung trennen könne. Gott sei mit allem verbunden, gleichzeitig. Und diese Idee entstammt von seiner Größe her. Also Gott ist so groß, dass er auch in allem irgendwie zu finden sei. Und dann redet man auch hier in dieser Forschung davon, bis der Geist, das wird so als eine belebende Kraft verstanden, der in der Schöpfung gegenwärtig ist. Und wir kommen hier in so ein naturalistisches Weltbild hinein, was sehr ähnlich mit dem Pantheismus heute ist. Und da ist das Problem einfach, Schöpfung und Schöpfer werden nicht mehr unterschieden, sondern gleichgesetzt. Und das lehnten die ersten Christen ab, denn sie glaubten einerseits natürlich an einen Schöpfer, aber der Schöpfer ist nicht gleichzusetzen mit der Schöpfung. Und diese Balance ist den ersten Christen ganz wichtig gewesen. Einerseits, Gott ist souverän und das Erhaben ist transzendent. Aber andererseits ist es ja auch zu unterschieden von der Schöpfung. Also auch nicht gleichzusetzen damit. Und wenn diese Balance kippt oder gefällt, dann entstehen hier zwei Gefahren. Nämlich, dass Gott nicht in die Welt eingreifen kann, wäre der erste Umkehrschluss. Da sind wir so ein bisschen beim heutigen Deismus. Gott hat einmal die Welt geschaffen und überlässt jetzt alles uns, wie so hier alles abgeht. Und das andere ist, dass alles, was du in der Welt erlebst, gleich göttlich ist. Ja, nur Gefahr. Also auch alles Negative und Leid und alles, was mit da verbunden ist, sei göttlich. Und beides lehnt die Bibel ganz klar ab. Was sehen wir denn in der Bibel? Besonders in den ersten beiden Kapiteln. Dass Gott diese Welt, die Schöpfung erschaffen hat und sie zugleich auch bewahrt. Dass die Welt, dass wir Menschen das Werk seiner Hände sind, aber nicht geistzusetzen sind mit Gott oder mit seiner Schöpfung. Und das erste Mal vom Geist Gottes, da müssen wir gar nicht lange suchen, lesen wir direkt im zweiten Vers. Im ersten Buch Mose, Perpitel 1. Und da ist dieser Vers oder wie das Bild gemalt, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebt, sich fortbewegt. Und dieses Wort, das hier verwendet wird, ist Ruach, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, im Hebräischen, das sowohl Geist als auch Wind bedeuten kann. Und aus dieser hebräischen Perspektive ist der Wind ein bewegendes Element, das irgendwie auch geheimnisvoll sich über die Erde bewegt. Der Wind ist unkontrollierbar für uns Menschen, wir können ihn aber auch nicht sehen, wir können ihn aber fühlen. Und der Wind schwankt zwischen Sturm und völliger Ruhe. Und das kann man so ein bisschen auch als ein Bild deuten für die universelle Gegenwart Gottes in der Welt, die aber nicht wiederum gleichzusetzen ist mit der Welt. Ein Beispiel, Psalm 18, Vers 15, wird das Teilen des Schilfsmeeres, aber auch beim Auszug aus Ägypten, bei Mose in Verbindung gebracht mit Gottes Atem, Hauch, der hat es getrennt. Und das ist ein Beispiel, Gottes Gegenwart ist in der Welt also allgegenwärtig. Und doch zur gleichen Zeit ist seine Gegenwart auf bestimmte Orte fokussiert und erfüllt mit bestimmten Zwecken seiner Gegenwart. Was das bedeutet, erkunden wir jetzt noch. Also Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der handelt einerseits sehr zielgerichtet und bewusst, strategisch, könnte man vielleicht auch sagen, sehr kraftvoll, einerseits um sich selbst groß zu machen, bekannt zu machen in der Welt, aber auch immer wieder einen Weg zu schaffen für sein Volk. Und diese göttliche Kraft, die man irgendwie nicht fassen kann, diese Gegenwart Gottes, die nennen wir Heiliger Geist. Und der Heilige Geist, der ist diese Kraft von oben, der entstammt nicht aus der Welt, ist kein Geschöpf, sondern Gott selbst kommt vom Himmel. Wenn wir dann weiterziehen von der Schöpfungsgeschichte, weiter ins Alte Testament blicken, dann merken wir, dass Gottes Geist nicht allgegenwärtig ist, sondern immer wieder ganz selektiv, bewusst, ausgewählt, gegenwärtig in dem Volk Gottes. Ein kleines Beispiel, wo der Geist Gottes auch mitwirkt, ist bei dem Bau der Stiftshütte. Wenn ihr die Stelle kennt, Exodus 31, da ist der Bezahlel, wird beauftragt, diese Stiftshütte zu bauen und wird ausgewählt, ganz bewusst, mit göttlichen Gaben ausgestattet. Und das werde ich euch kurz mal vorlesen, sehen, was da über den Geist Gottes auch steht. Und der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen, Bezahlel, den Sohn Uris, den Sohn Hurs vom Stamm Judah, und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis, mit allerlei Fertigkeiten, kunstreich zu arbeiten, in Gold, Silber, Bronze, kunstreiches Stein zu schneiden und einzusetzen, kunstreich zu schnitzen, in Holz und um jede Arbeit zu vollbringen. Bezahlel ist jetzt hier nicht nur einfach ein besonderer Handwerker, der einfach super Fähigkeiten hat, sondern wir lesen hier ganz deutlich, dass Gottes Geist ihn dazu ausgerüstet hat, befähigt hat, diese Hütte zu bauen. Und da spreche ich gerne von dieser einer zielgerichteten Salbung durch den Geist Gottes, das finden wir immer wieder im Alten Testament. Die bekanntesten sind natürlich neben den Richtern auch die Könige zur Zeit Israels. Sehen wir zum Beispiel in 1. Samuel 16, 12 folgende, wo König David gesalbt wird. Wie geht es vor sich Samuel, der eigentlich alle Söhne schon scheinbar von Isai begutachtet hat, findet dann mit ein bisschen Beihilfe vom Herrn noch David und salbt ihn dann mit Öl. Und Öl haben wir ja auch schon bedacht, das steht symbolisch auch für den Geist Gottes. Und dann kommt der Geist Gottes auch mit seiner Kraft über David. Und das lesen wir auch nochmal ganz kurz. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich und mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach auf, salbe ihn, denn der ist's. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Hamer. Und das ist eine Stelle, die exemplarisch dafür stehen kann, dass immer wieder Schlüsselfiguren im Alten Testament von Gott erwählt werden und dann wiederum durch den Geist Gottes für ganz bestimmte Aufgaben befähigt werden. Die Priester wurden zum Beispiel auch gesalbt oder auch die Propheten. Und es fällt hier auf, Priester, Propheten, Könige, Richter, das sind alles ganz wichtige Instanzen, Größen in Israel, wodurch Gott auf bestimmte Weise auch sein Volk leiten will, wenn er diese Leute auswählt und befähigt. Das Besondere zum Alten Testament ist aber, dass diese Salbung, die Ausstattung mit dem Geist Gottes einzelnen Personen nur galt und dann immer nur für einen gewissen Dienst, also eine Salbung auf Zeit. Und wenn dieser Dienst abgeschlossen war, dann ist auch die Salbung gewichen oder der Geist. Jesaja blickt zum Beispiel im 63. Kapitel einmal auf den Exodus zurück, auf Mose, der ja auch viele Wundertaten getan hat und macht hier deutlich, dass das Mose nur durch den Geist Gottes in dieser Zeit tun konnte. Also wir sehen auch, jeder hier hat den Anfang und den Endpunkt. Und dann spielt noch der Geist Gottes eine wesentliche Rolle, immer wenn es dann um die Zukunft Israels geht. Wenn die Propheten von einem neuen Zeitalter reden, dann geht es auch meistens irgendwie immer um den Geist Gottes. Und um das kurz zu verstehen, müssen wir uns nochmal klarkriegen, was denn so das Weltbild nochmal von den Israeliten damals war. Es war ja so, dass erst das Nordreich und dann später das Südreich, also Israel und Judah in verschiedenen Abständen dann erobert worden sind, zerstört worden sind und dann in Exil gekommen sind. und das hat beiden gleichermaßen ganz Israel natürlich ganz schön zugesetzt, im Exil zu leben, dass das Exil jetzt auf der Tagesordnung stand. Und das hat natürlich auch ihr Denken geprägt, das Chaos, das hinterlassen worden ist und alles in ihnen war auf Erneuerung gepolt und ausgerichtet in dieser Zeit. Und dann, als sie endlich nach 70 Jahren nach Israel zurückgehen konnten, erst die Mauer und dann den Tempel aufbauen konnten, blieb dennoch immer noch eine gewisse Hoffnungslosigkeit übrig. Denn dieses Trauma des Exils hat doch tiefe Spuren in ihnen hinterlassen. Und dann sind in dieser Zeit große Propheten aufgestanden, die immer wieder von einem neuen Gesalbten, von einem Messias gesprochen haben. und in diesem Zuge wird auch immer wieder vom Geist Gottes geredet, den Gott senden wird, um das Land zu erneuern. Und jetzt werden wir ein paar Vers aus Jesaja mal lesen, um da ein bisschen Überblick zu kriegen. In Jesaja 32 zum Beispiel lesen wir davon, dass das Land verwüstet ist und dann aber Erneuerung kommt, wenn Gott das will. 32 14 17 Denn die Paläste sind verlassen und die Stadt, die Folge Tümmel war, ist einsam. Burg und Turm sind Höhlen für immer, dem Wild zur Freude, den Herden zur Weide, so lange, bis über uns ausgegossen wird der Geist aus der Höhe. Dann wird die Wüst zum fruchtbaren Lande und das fruchtbare Land wird wie Wald geachtet werden und das Recht wird in der Wüste wohnen und Gerechtigkeit im fruchtbaren Lande und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit wird Ruhe und Sicherheit sein auf ewig. Jesaja sieht hier einen neuen Zeitabschlag und eine neue Epoche in der Gottes Geist und das ist hier dieser Geist aus der Höhe alles neu machen wird und Hoffnung bringen wird für das Volk. Ein weiterer Vers Jesaja 44,3 und 4 mit einer der schönsten poetischen Verse wahrscheinlich aus der Bibel drückt das auch nochmal aus, dass Gott alles neu machen wird. Denn ich will Wasser gießen auf das Dürstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deinen Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Sehr schöne Bildersprache dafür. Nicht nur beginnt der Prozess der Erneuerung durch den Geist, sondern wir lesen auch in Jesaja, dass der Geist Gottes auch der Katalysator dafür ist. Die Ausführung der Kraft, die Befähigung für diesen Gesalbten, für diese Gesalbten. Das ist in Jesaja 42,1 zum Beispiel zu erkennen und Jesaja 61,1 Die lese ich jetzt mal gerade hintereinander. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte und mein Auserweter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Jesaja 61, kennt ihr? Der Geist Gottes, das Herrn, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden eine gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. In diesen Versen sehen wir, dass die Hoffnung, die Erwartung auf einen Gesalbten, auf einen Messias immer verbunden wird, Hand in Hand geht im Alten Testament mit dem Geist Gottes. Aber hier ist noch mehr zu finden. Denn nicht nur soll die ganze Schöpfung erneuert werden oder nicht nur der Leiter, der diese neue Schöpfung bringt, der mir gesalbte, sondern selbst die Bewohner dieser neuen Schöpfung sollen alle den Heiligen Geist empfangen. Davon weiß sagt zum Beispiel ein Hesekiel. Hesekiel, der die Rückkehr Israels voraussieht und aber auch voraussieht, dass nicht einfach wieder zum normalen Alltag, wie vorher zurückgegangen wird, sondern dass das göttliche Geschenk noch ein bisschen mehr enthält. Und davon lesen wir in Hesekiel 36. Denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleisch an das Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will euch Leuten aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wenn man ein bisschen weiter liest dann kommt man zu Hesekiel 37 wo das Volk Gottes beschrieben wird als ein Tal voller trockener Knochen. Ein Friedhof wird hier beschrieben, ein Ort des Todes, ein Ort der Niederlage. Und hier verspricht dann Gott, dass dieses Volk wieder auferstehen wird, dass neue Möglichkeiten entstehen, wenn in diese alten Knochen, in diese alten Knochen neue Körper geformt werden, wo der Geist Gottes hineinkommt, wo der Geist Gottes füllt diese Körper. Und eine ähnliche Vision haben auch Jeremia in Jeremia 31 oder Zacharia in Zacharia 12 und auch ein Joel in Joel 2 zu dem Text kommen wir noch ein bisschen später, den Petrus ja an Pfingsten dann auch benutzt. Und alle machen diesen gleichen Punkt. Eine neue Hoffnung wird in Israel geboren, wenn Gott endlich anfängt ein neues Kapitel zu schreiben. Ein neues Kapitel, wo Frieden herrschen wird, wo Gerechtigkeit Alltag ist und wo Gottes gesalbter Bote diese neue Welt einläutert. Eine neue Welt, in der man Gott kennt, wie man ihn bisher vorher noch nicht erkennen konnte. Und das alles machen diese Stellen deutlich, ist ganz allein Gottes Werk. Er wird das in Israel anfangen und das wird alles durch den Messias und seinen Geist geschehen. Zurzeit Jesus hat diese Erwartung sich noch ein bisschen verändert, was in der Zukunft passieren wird. Wir sehen jetzt weniger eine Leidenschaft zur Zeit Jesu für so eine geistgewirkte Erneuerung. Denn man hat nach Malachi, dem letzten Propheten Alten Testament es so verstanden, dass damit dann auch die Aktivität des Geistes Gottes aufgehört hat. Die Tora ist fertig, das Alte Testament ist abgeschlossen, der Geist hat schon lange keinen Propheten mehr geschickt, Gott hat geschwiegen, damit hat man das auch gleich gesetzt. Dass diese geistgewirkte Erneuerung hat man sich einfach keine Hoffnung mehr drauf gemacht. Und deswegen hat man dann den Schwerpunkt verlagert, nämlich auf das Studium der Tora und dann vor allem auf den Gehorsam, dessen Einhaltung. Und das war jetzt der Weg, gerecht zu leben. Das heißt, es wurde mehr über die Tora als über den Geist Gottes gesprochen und sich ausgetauscht. Obwohl wir ja diese Prophetien hier, die wir eben betrachtet haben, sehr deutlich in der Tora finden. Das heißt, man ging davon aus, und begegnet Gott in seinem Wort, aber Erfahrungen übernatürlich mit dem Geist Gottes, die waren besonders in dieser Zeit eher Seltenheit. Und das müssen wir jetzt im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt zum Verständnis des Geist Gottes im Neuen Testament kommen, worauf ihr wahrscheinlich schon lange gewaselt habt. Jesus und der Heilige Geist. Das Neue Testament beginnt mit der Behauptung, dass diese Wartezeit jetzt endlich ein Ende hat. Oder wie Paulus es sagt, das Ende der Zeit ist gekommen. Diese messianische Zeit hat jetzt angefangen und das bedeutet auch, dass die Zeit des Geistes angefangen hat. Und jeder der vier Evangelisten macht dieses Neue sehr deutlich. Und das sehen wir direkt schon in den Geschichten, die wir lesen, um die Geburt Jesu herum. Wir sehen, wie Gott durch den Geist Gottes, durch die Engel, alles perfekt vorbereitet, dass Jesus in die Welt kommen kann. In Lukas 1 und 2, wenn wir die Kapitel mal lesen, kommt der Geist Gottes allein zehnmal vor. Nur in den ersten zwei Kapiteln. Also Gott bereitet diese Ankunft von Jesus mächtig übernatürlich vor und kündigt es an. Und dann lesen wir noch von dieser Figur des Johannes des Täufers. der identifiziert Jesus ja auch als Messias. Er tauft ihn dann sogar und ein Johannes hat sich ja oder wurde auch von anderen so aufgefasst, das ja auch ein Prophet sei. Er hat sich so gekleidet wie eine Lier und hat in dem was er gesagt hat wie er gehandelt hat ganz viele Erinnerungen in den Köpfen des Volkes hervorgerufen die alle mit ganz großen wichtigen Ereignissen im Alten Testament verbunden waren. Und dann natürlich war der Höhepunkt bei Johannes der Täufer als er dann Jesus taufen konnte. Und Gott bestätigt hier und Jesu taufe seine göttliche Identität seine Berufung und was sehen wir hier auch der Geist Gottes kommt auf ihn. Es wird hier deutlich Jesus ist der gesalbte Bote Gottes und wir sehen lesen hören von Gott sogar er ist mehr als der Sohn Gottes. Im Johannes Evangelium lesen wir davon das oder wird herausgestellt dass der Geist Gottes nicht nur auf Jesus herab kommt sondern vor allem und das ist das Neue im Gegensatz zum altes Salben auf Jesus auch bleibt. Es handelt sich bei Jesus nicht um eine Salbung auf Zeit wie es üblich war sondern um eine dauerhafte Salbung die sein ganzes Leben von nur an seinen ganzen Dienst prägen sollte. Und seinen Dienst kann man als Dienst der Taufe verstehen. Und damit meine ich jetzt nicht die Wassertaufe sondern die Geistestaufe. Von Jesus beschreibt Johannes den Geisttäufer in Johannes 1 33 und in Johannes 3 34 wird Jesus Dienst wie Volk beschrieben. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet Gottes eigene Worte. Gott gibt ihm den Geist in unbegrenzter Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Wenn ihr jetzt eine Bibel dabei habt, kann es euch helfen mal in die Fußnot zu schauen. Denn das zweite Wort Gott hier steht nicht im Urtext steht nämlich er. Und das ist jetzt die große Frage wer ist mit er gemeint? Ist das Gott oder ist er mit Jesus gemeint? Also sendet Gott den Geist zum Sohn oder gibt Jesus den Geist Gottes uns wären die beiden Möglichkeiten hier. Wenn wir uns jetzt den weiteren Kontext anschauen, wo es dann heißt, Gott der Vater hat alles in seine Hand gelegt, kann es uns auch helfen, zu einer gut begründeten Auslegung zu kommen, nämlich, dass der Vater alles in die Hand des Sohnes gibt und dann somit auch den Geist und dass dann der Sohn Jesus den Geist Gottes empfängt und über ihn heißt es dann, dass Jesus den Geist in unbegrenzter Fülle hatte, also in einem Ausmaß, in einer Qualität, die bisher nie da gewesen war. Und ich glaube, der Punkt wird hier sehr deutlich, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus der Träger dieses Geistes ist, auf den Israel so lange gewartet hat und nicht nur Israel eigentlich die ganze Welt und von diesem Geist wird Jesus ja auch dann direkt nach seiner Taufe geführt und geleitet, nämlich Markus 1, 12 lesen davon, dass der Geist Jesus drängt in die Wüste hinaus zu Wenn Jesus zum Beispiel Dämonen austreibt, bewirkt er das auch durch die Kraft des Heiligen Geistes. In einer Begebenheit, wo die Juden behaupten, dass Jesus nicht mit der göttlichen Kraft tun würde, sondern mit der Kraft des Satans, des Teufels, hält Jesus dann dagegen und sagt, wenn das stimmt, dann würde der Satan ja sich selbst besiegen, also ein Fußball Eigentor schießen. Und dann fährt er fort in Matthäus 12 28 zu sagen, wenn ich die Dämonen aber mit der Hilfe von Geist Gottes austreibe, ja dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Und hier kommen ganz wichtige Begriffe zusammen. Der Messias spricht vom Reich Gottes und dem Geist Gottes. Und wenn ihr wisst, wir haben alle drei Begriffe in diesem Abend schon ein bisschen näher betrachtet, was Jesus hier eigentlich behauptet und aussagt, dass Jesus die Erfüllung dieser Hoffnung eigentlich ist. Dass in Jesus das Königreich nahe gekommen ist und dass der Geist Gottes in diesem Königreich am Wirken ist. Und wenn wir diesen Vers noch weiter ein bisschen lesen, im 31 geht Jesus noch einen Schritt weiter. Da heißt es nämlich, wenn man das Wirken des Geistes Gottes, das in Jesus geschieht, als satanischen Ursprungs bezeichnet, dann ist das in den Augen Jesu Plasphemie, Gotteslästerung, das, was Gott tut, als Werk des Satans zu bezeichnen. Und Jesus war sich dessen sehr bewusst, dass die Macht des Geistes, die Kraft des Geistes in seinem Leben am Wirken war. Nämlich in seiner ersten Predigt in der Synagoge in Nazareth macht er das sehr sehr deutlich. Ihr müsst euch vorstellen, Nazareth ist sehr groß geworden. Seine Familie, Verwandte, Freunde, die waren wahrscheinlich sogar alle da. Nazareth war jetzt nicht wie in Frankfurt oder so. Also man kannte sich sehr gut. Und hier wird er eingeladen, aus Jesaja vorzulesen. Jesaja 61 schlägt er dann auf, wo ein ganz wichtiger messianischer Text enthalten ist. Den haben wir auch schon ansatzweise heute gelesen. Aber das Spannende ist, und das war für mich auch neu im Studium von diesem Text, er liest mal vor, in der Klammern die Verse aus dem Jesaja Kapitel beziffert, dass ihr seht, dass er hier eigentlich Puddel macht. Ihr liest das nicht einfach nur vor, sondern er webt es ineinander ein. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden und den Erdrücken die Freiheit zu bringen und im Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Die Absicht, die Jesus damit verfolgte, die war glas klar und die verstand jeder damals sofort. Man kann davon ausgehen, dass ein Jude damals fünf, sechs Mal Jesaja gehört hat und dann auswendig konnte. Also ihnen liest nicht nur einfach Jesaja 61 vor, sondern machst dir was anderes und deswegen war es auch erst mal so still danach, dass Jesus das vorgelesen hatte. Und dann sagt Jesus ja, dass dieses Schriftwort sich heute erfüllt hat. Und in unserem Text Gesalbt steht hier Messias das ist ja Gesalbt Messias Christus ist ja hier direkt beim Thema und hier wird wiederum der Messias der Gesalbte mit dem Geist Gottes in Verbindung gebracht und sagt Jesus der Geist des Herrn ruht auf mir. Also Jesus sagt hier um so mal deutlich zu sagen Jesus ist der Träger erster Überbringer des Heiligen Geistes und diese folgenden Zeichen die er dann vorgelesen hat arm gute Botschaft zu tun Gefangene zu verkünden was sie freien sollen sollen das sind alles Zeichen die markant sind das Aushängeschild sind für das Reich Gottes also er kündigt am Anfang seines Dienstes an was er tun wird und das sehen wir dann natürlich auch dass das in einer anderen Begebenheit war Jesus jetzt in Jerusalem zum Laubhüttenfest das ganze findet das Laubhüttenfest im Herbst statt in einer Zeit wo eine Düre in Jerusalem möglich sein kann und somit auch immer eine drohende Hungersnot im Raum steht mit dem Laubhüttenfest wurde jetzt an Gott erinnert als Versorger an den Gott der Regen bringt und in dieser Zeremonie des Laubhüttenfest wurden literweise von Eimern über den Altar gegossen und das war so eine Art Gebetsform der Bitte dass Gott auch Regen schenkt unter anderem und dieses Ritual hat an das Wunder auch erinnert in der Wüste wo Gott aus dem Felsen Wasser hervorgebracht hat und dieses Ritual war auch sehr stark damit verbunden mit der Hoffnung auf diese messianische Befreiung und in diesem Kontext sagt Jesus das folgende Johannes 7 37 bitte schlagt das auch auf in eurer eigenen Bibel wir brauchen hier auch noch mal den Text vor unseren Augen wie vielleicht auch ein paar Fußnoten Am letzten Tag dem größten Tag des Festes trat Jesus vor die Menge und rief wer Durst hat soll zu mir kommen und trinken wenn jemand an mich glaubt werden aus seinem Inneren wie es in der Schrift heißt Ströme von lebendigem Wasser fließen und jetzt kommentiert das sozusagen Johannes als Evangelist er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist den die empfangen sollten die an Jesus glaubten der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbar geworden war viele viele Theologen streiten sich darüber wie das zu verstehen ist vor allem weil es zwei verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten auch gibt aber erst nochmal ein bisschen Kontext dazu die Lehrtexte die zum Laubhüttenfest vorgelesen worden sind Saraya 14 Hesekiel 47 die hatten alle zum Thema dass Strömer des lebendigen Wassers aus Jerusalem aus dem Tempel heraus fließen wird und vom Tempel ausgehen dann Leben in die ganze Welt bringen würde also das war dieses Setting was ihr jetzt im Kopf haben müsst wenn Jesus das sagt und so wie es die Rabbiner die Juden damals verstanden haben ist der Tempel dieses Innere was Jesus jetzt zitiert und für Inneren steht eigentlich ein Wort das man wortwörtlich übersetzen könnte mit Bauch also Bauch bei Menschen steht für Inneren also dass der Tempel das Zentrum sei von dem dieser Strom ausgeht in die ganze Welt hinein und das lebendige Wasser wie Johannes ja uns hier kommentiert ist oder steht für den Geist Gottes hier dann auch jetzt zu den verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten heute ist die gängige Meinung dass nicht aus uns Gläubigen heraus das lebendige Wasser fließt sondern aus Jesus wenn man Vers 8 in diesem Sinne übersetzen würde würde das dann heißen denn aus Jesu Inneren werden wie es in der Schrift heißt Ströme von lebendigem Wasser fließen also wenn wir uns Vers 8 hier nochmal anschauen werden aus seinem Inneren die Frage ist wer ist seinem sind das die Gläubigen oder ist es Jesus und die Mehrheit heute von den Theologen geht aus dass mit seinem Jesus gemeint ist es aus Jesus Inneren der Geist Gottes in die Welt hinaus geht das heißt Jesus ist das lebendige Wasser welch das Israel so lange gesucht hat und von dem die Propheten an vielen Stellen immer wieder in diesen Bildern des Wassers der Quelle des Brunnens gesprochen haben es wird deutlich dass Jesus dieser Bringer des Geistes ist für die ganze Welt um weitere Bilder zu gebrauchen Jesus ist der neue Tempel von dem das lebendige Wasser der Geist Gottes ausgeht Jesus ist die Quelle dieses lebendigen Wassers und Johannes benutzt dieses Bild des Wassers auch an den wichtigsten Stellen in seinem Evangelium nämlich am Kreuz da heißt es oder lesen wir vorhin dass aus Jesu inneren Wasser fließt und das Wort wie sagt hier kann auch als Bauch wortwörtlich verstanden werden und was geschieht mit Jesus am Kreuz einer der Soldaten was macht er mit einer Speer stießt Jesus jetzt nicht in den Bauch aber in die Seite das ist ein anderes Wort das muss man schon fairerweise sagen aber was tritt dann aus seinem Inneren aus Flut und Wasser Johannes 19 34 ist das und das kann man auch als ein symbolisches Bild deuten vor allem war Johannes sehr viele Symbole verwendet in seinem Evangelium nämlich dass Jesus der Träger und Bringer des Geistes stirbt und als er brutal getötet wird wird der Geist Gottes symbolisch in die Welt entlassen dann ist euch da noch nicht überzeugt ich habe noch mehr Hinweise für diese Auslegung denn wir finden weitere Verbindungen zwischen Jesu Tod und der Gabe des Geistes vor allem im Obergemach in in seiner Abschiedsrede in Johannes nachzulesen verwendet Jesus die Verknüpfung zwischen seinem Tod dass er nicht mehr da sein wird mit dem Geist Gottes gleich fünf Mal und in diesem Zuge macht er deutlich dass das kommen des Geistes abhängig davon ist dass er stirbt dass er geht Johannes 16 7 zum Beispiel Es ist gut für euch dass ich weg gehe denn wenn ich nicht von euch weg ginge käme der helfe nicht zu euch wenn ich aber gehe werde ich ihn euch senden Ein paar weitere Hinweise für das kommen des Geistes finden wir auch wieder am Kreuz Ich habe schon gesagt aus Jesu Seite tritt Wasser und Blut aus als er gestorben ist aber kurz vorher sagt er ironischerweise noch ich habe Durst und als Jesus starb beschreibt es Johannes in Johannes 19 30 so nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte also sein Durst gestillt wurde sagte er es ist voll Pracht dann neigte er den Kopf und gab den Geist auf heißt es hier wörtlich und das ist nicht eine konventionelle Art damals zu sagen dass jemand stirbt oder verstorben ist die anderen drei Evangelisten machen es bisschen anders aber Johannes benutzt hier ganz bewusst dieses Bild diese Bildersprache und er will damit sagen als Jesus gestorben ist passiert etwas ein Geschenk wird angefangen ausgepackt zu werden denn der Geist Gottes wird in die Welt hinaus gesandt was sagt denn Jesus als er auferstanden ist vor Pfingsten schon den Jüngern er haucht sie an und sagt empfang den Heiligen Geist Johannes 20 22 Und wenn ich jetzt diese ganze Hinweise zusammen nehme wird ein Punkt wichtig Wir haben gesehen dass das Neue Testament deutlich es kommt das Messias und den versprochenen Geist Gottes der in die Welt kommt zusammen bringt Der Geist Gottes war es der Jesus für seinen Dienst befähigt hat und ihn ausgestattet hat und derselbe Geist würde jetzt nach Jesu Tod auch ausgegossen werden auf seinen Nachfolger in Lukas 24 49 sagt Jesus zu ihnen Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden wie mein Vater versprochen hat bleibt hier in der Stadt bis ihr damit ausgerüstet werdet Jesu Tod von Himmelfahrt wird wiederum mit dem Geist Gottes hier verbunden und wenn wir jetzt also als Christen zu Jesus gehören dann gehört dazu eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist zu unserer Nachfolgung dazu und das wollen wir jetzt noch mal ein bisschen näher kurz betrachten die Erfahrung der ersten Christen mit dem Heiligen Geist weiter noch jetzt was geschah 50 Tage nach Ostern da trat ein weiterer wichtiger Wendepunkt ein nämlich nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist hat er nochmals die Jünger in ihre Identität bestärkt und ihre Mission erklärt und gesagt bleibt in Jerusalem bis ihr die Kraft von oben empfangen habt und als jetzt dann das jüdische Pfingstfest gefeiert wurde waren dann auch alle Apostel zusammen 120 der Jünger im Obergemach und dann kam ein starker Wind auf Feuerzungen von Himmel kamen auf sie und sie wurden alle mit dem Geist Gottes Wind und Feuer haben nicht dieselbe Bedeutung Wind haben wir schon kurz im Laufe des Abends herausgefunden Wind ist einfach ein Bild auch für den Heiligen Geist weil es im Wort miteinander schon sehr verbunden ist Für was steht das Feuer steht im alten Testament eigentlich immer für die Gegenwart Gottes Wenn ihr euch an die Begegnung Gottes mit Menschen erinnert zum Beispiel auf dem Berg Sinai Donner Feuer war immer dabei Feuer steht eigentlich für die Gegenwart Gottes die Feuersäule war es auch die das Volk Israel begleitet und geführt hat und ein Feuer war auch zu finden im Heiligsten oder Leuchter im Tempel und in der Stiftshütte gebrannt hat die Kraft Gottes ließ sich jetzt hier auf die Jünger nieder und das was man eigentlich vom Tempel erwartet die Gegenwart Gottes das wurde jetzt übertragen auf die Gemeinde und der Gemeinde den Nachfolgern Jesu ist Gott gegenwärtig und dann hält Petrus einen der besten Predigten wahrscheinlich aller Zeiten an Pfingsten Apostelgeschichte 2 und er bringt das was sie erfahren haben an Pfingsten mit einer Prophezeiung aus Joel 2 in Verbindung und sagt das was heute passiert ist die Erfüllung dessen wovon schon Joel gesprochen hat dass nämlich der Geist ausgegossen wird und das Bindeglied zwischen dieser Erfahrung ist Jesus Joel spricht von dem Geist Gottes sie haben den Geist Gottes erlebt und dazwischen im Zentrum ist Jesus zu verordnen als Bindeglied als Verbindung zwischen der Erfüllung und der Verheißung und wenn wir dann aufmerksam die Apostelgeschichte lesen haben wir gerade intensiv in den Predigten in den letzten Wochen in der Gemeinde gemacht sieht man dass zu Bekehren zu Jesus auch immer wieder eine Erfahrung mit dem Geist Gottes gehört das haben die Jünger nicht nur an Pfingsten einmal erlebt sondern immer und immer wieder wir sehen immer wenn das Evangelium in einen neuen Kulturkreis vordringt Judäa Samaria die Heiden bis ans Ende der Welt bestätigt Gott immer und immer wieder neue Bekehrungen mit der Erfüllung des Heiligen Geistes auch ein Paulus hatte selbst erlebt die Kraft Gottes am eigenen Leib auch ein Paulus war bisschen später auf einer seiner Missionsreisen unterwegs kam nach Ephorus lernte Jünger kennen und sie haben ihm erzählt dass sie noch nicht den Heiligen Geist empfangen hatten und das war für Paulus nicht natürlich sie glaubten an Jesus sie wurden getauft dennoch fehlte ihnen irgendwie dieses wichtige Element in ihrer Nachfolge und deswegen hat Paulus nicht lange gewartet hat für sie gebetet ihnen die Hände aufgelegt und dann haben sie den Geist Gottes empfangen und in Zungen gebetet glaube an Jesus taufe auf den Namen Jesus und der Empfang des Heiligen Geistes bilden zusammen ernst wichtige Elemente in unserer Nachfolge den Jesus Weg nämlich zu leben und die Wichtigkeit des Heiligen Geistes im Eigenleben in der Erfahrung der Gemeinde wird immer wieder im ganz Neuen Testament enttont und so auch in unserem Vers den wir für heute ausgewählt haben Römer 8 9 wo ganz klar gesagt wird denn wenn jemand den Geist Christi nicht hat gehört er nicht zu Christus ein Johannes schreibt auch seine Briefe an junge Gemeinden die wissen wollen wie merke ich denn jetzt zu Jesus und seiner Gemeinde und hier weiß der Apostel als Merkmal der Zugehörigkeit zu Jesus auch wiederum auf den Heiligen Geist Johannes 1. Johannes 4 13 Wohin wissen wir dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt wir erkennen es daran dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat die Identität von uns Christen gründet sich jetzt nicht nur auf das was wir über Jesus wissen schon erkannt haben und wir sehen hier dass unsere Identität sich auch in einer dynamischen Beziehung zum Geist Gottes gründet auf einer ganz individuellen Art und Weise auf einer sehr persönlichen Ebene der eine erlebt das vielleicht so der andere eher so denn der Geist ist wie der Wind der weht wo er will heißt es Johannes 3 und niemand bestreitet glaube ich diese Realität des Geist Gottes doch niemand kann wirklich einschätzen wo er hinwehen will was er fordert und wenn der Geist Gottes kommt dann sorgt er meistens für große Überraschungen im Neuen Testament und auch hoffentlich heute noch so kommen wir zum Heiligen Geist der Gemeinde und hier würde ich drei wichtige Funktionen des Heiligen Geistes nochmal hervorheben es gibt wesentliche mehr ich muss mich natürlich auch im Anteil der Zeit beschränken will nochmal sagen dass der Geist Gottes nicht nur eine Quelle der Inspiration ist sondern vielmehr ist der Geist Gottes unser Helfer Jesus nachzufolgen der Geist Gottes ist verantwortlich dass in unserem Leben Frucht bringt und auch Frucht in der Gemeinde und jetzt zu den drei Punkten der Geist erstens erhält das Leben Jesus in unserem Leben aufrecht der Geist sorgt dafür dass Jesus sein Leben in unserem Leben fortsetzt und das wird deutlich in den großen Abschiedsreden von Jesus in Johannes 14 wo Jesus sagt er wird uns nicht als Weisen zurücklassen wenn er geht verwirft er uns nicht einfach denn seine Absicht ist eine intime Gemeinschaft der Liebe zu bilden zu erschaffen in der wir gemeinsam als Nachfolger mit dem Heiligen Geist gekräftig und gestört werden das wir im Leben gut meistern können einfach und in diesem Abschiedsreden wird auch ein Punkt noch deutlich dass die Qualität zwischen uns und Jesus wie diese Beziehung aussehen soll eine Tiefe eine Intime eine Nähe haben soll die ähnlich eng und tief sein soll wie Jesus die Beziehung mit dem Vater geführt hat wie der Vater den Sohn liebt so liebt der Sohn seine Nachfolger wir sollen in ihm sein wie Jesus im Vater ist und damit ist das Wohnen des Heiligen Geistes gemeint Jesus sagt er in Johannes 14 23 wenn jemand mich liebt wird er sich nach meinen Worten richten mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen und von diesem Versprechen lesen wir an unzähligen Stellen warum lesen wir das so oft ich glaube wir brauchen es immer wieder dass wir lesen und hören dass wir gewiss sein dürfen wenn wir an Jesus glauben und bekennen als unseren Herrn dass der Geist Gottes in uns lebt und dieser Geist ist nicht irgendein Geist sondern wie Paulus auch das in Römer 8 9 sagt er betont dass es der Geist Christi ist der Geist der von Jesus ausgeht der von ihm ausgegossen wird und diese ähnliche Verbindung finden wir auch noch in Apostelgeschichte 16 wo die Apostel ein tolles Erlebnis haben bei natürliche Führung erleben und der Geist Gottes auch eine entscheidende Rolle spielt da lesen wir Paulus und seine Begleiter zogen und durch die Teile für Riegens und der Provinz Galatien gehört eigentlich hatten sie vor vorgehabt die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert als sich dann Mysien nährten versuchten sie nach Pyzinien weiterzureisen aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu da zog sie ohne sich aufzuhalten durch Mysien bis in die Hafenstadt Troas kam wenn ich euch auf einen kleinen Punkt aufmerksam machen nämlich einmal heißt es hier der Heilige Geist hatte sie daran gehindert und dann der Geist Jesu ließ es nicht zu derselbe Geist einmal Geist Gottes Heiliger Geist und Geist Jesu wo es nochmal sehr deutlich wird dass es der Geist Jesu ist der auch in uns lebt das heißt die geistliche Gegenwart Jesu ist in uns der Auferstandene der zum Vater aufgefahren Jesus lebt durch seinen Geist in dir und mir zweitens der Heilige Geist ist zuständig für die Entwicklung der Gnadengaben in der Gemeinde wir sehen die Erwähnung der Geistesgaben in Römer 12 Epheser 4 und dann vor allem Korinther 12 bis 14 Für die ersten Christen war es ganz selbstverständlich egal ob Frau oder Mann ihre Begabung ihre Berufung zu entdecken und sich dann voll in dieser neuen Gemeinschaft einzubringen Gaben sind immer ein Geschenk unseres himmlischen Papas und wenn Gott mit seiner Gnade kommt dann bringt er immer Geschenke mit was Gnadengabe eigentlich auch heißt und da machten die ersten Christen jetzt keinen Unterschied ob ich eine Gabe einbringe die ich schon von Geburt an bekommen habe weiterentwickelt habe das war egal weil auch diese wiederum auf Gott als Schöpfer zurückzuführen ist runter 12 bis 14 da machen wir gerade über die Geistesgaben in der Gemeinde eine Predigt Serie Sonntag angefangen jetzt diesen Sonntag geht es weiter und nächste Woche auch also drei Stück deswegen halte ich mich hier ganz ganz kurz verweise einfach auf die Predigt Serie am Wochenende was macht Paulus hier er konfrontiert ganz kurz die Korinther nämlich die behauptung dass Zungensprache die größte Gabe von allen sei und das korrigiert er in dem Zuge spricht er mal vor ein paar Gaben die da auch relevant sind seiner Meinung nach vor allem spricht er auch noch über die Prophetie und die Zungensprache leider das sage ich ganz deutlich schreibt er über die anderen nur eine kleine Liste aber erklärt sie uns nicht so also was wir haben bei den Geistesgaben ist leider nur immer diese Erwähnungen und das macht es immer ein bisschen schwieriger die zu definieren und zu sagen ach übrigens Apostelste 15 finden wir da war die Gabe die Gabe und die Gabe haben wir leider nicht es wäre sehr wünschenswert gewesen an dieser Stelle aber was macht Paulus er zeigt ganz kurz welche Geistesgaben es so gibt was sie für eine Rolle in der Gemeinde spielen und dann kommt er bevor er zu den Zungensprachen und der Prophetie kommt in Korinther 14 zu Korinther 13 in Korinther 13 wissen wir alle ist kein Text für die Hochzeit sondern ist die Haltung die Motive wie wir in Liebe diese Geistesgaben ausleben sollen das ist eigentlich der Kontext wird oft leider anders gedeutet aber hat auch seine Legitimation manchmal denke ich genau das heißt in diesen drei vier Kapiteln hat Paulus ein sehr lebendiges Bild von Gemeinde mit diesen Geistesgaben jeder hat darin seinen Platz jeder ist gesetzt an diesem Leib als Glied am Körper und so bezeichnet Paulus auch die Gemeinde als Jesu Leib und das bedeutet nicht nur dass wir jetzt zu Jesus gehören sondern es bedeutet auch dass Jesus gegenwärtig ist ein Herr über diese Gemeinde ist dass er der Mittelpunkt ist das heißt es ist eigentlich nicht nur eine schlechte Redensart in der Wirklichkeit wenn man öfter sagt dass wir als Gemeinde als Christen sind Jesu Hände sind seine Ohren sind seine Augen sein Mund seine Füße das trifft das ist sehr gut was Paulus hier beschreibt dass wir Jesu Mission fortführen und drittens wir kommen zum Ende langsam der Heilige Geist bewegt unsere Heiligung und macht uns damit Jesus ähnlicher wir reden ja gerne wenn wir über den Geist Gottes reden über die Geistes Gaben und das ist ein Thema das oft weiter unter den Tisch fällt was Paulus eigentlich viel wichtiger ist könnte man sagen weil er spricht in Römer 8 davon ganz lange das vielleicht das Herzstück der des Heiligen Geistes für Paulus ist Römer 8 und da verweist er nämlich am häufigsten auf den Geist Gottes wie in keinem anderen Kapitel Paulus geht davon aus dass wir Menschen die Herrlichkeit die Gerechtigkeit Gottes verloren haben und dass das das Herz des Problems ist das Herz des Problems ist das Herz des Problems noch mal ist das Problem unseres Herzens hat Johannes Habe so schön gesagt das Herz des Problems ist das Problem des Herzens und Paulus versteht die Lösung dieses Problems darin dass der Geist Gottes die Kraft ist Sünde unserem Leben zu überwinden Sünde zu überwinden die Seite im Sündenfall in uns und in dieser Welt herrscht und da sagt er in Römer 8 Vers 6 was der Geist will bringt Leben und Frieden aber was die menschliche Natur will bringt den Tod und Paulus macht und Paulus es ist keine Frage der Wahl ob wir jetzt weiter in unserer sündigen Natur verharren das ausleben also im Fleisch was er Fleisch nennt oder halt im Heiligen Geist wandeln das eine sagt er verträgt sich nicht mit dem anderen und Paulus möchte dass wir im Heiligen Geist leben und der Geist Gottes dann auch zugleich die Kraft die Befähigung für diesen heiligen Lebensstil Herr Geist Gottes und das ist mir ein wichtiger Punkt noch wenn ihr noch kurz bei mir seid will dir verhelfen zur besten Version deiner selbst zu kommen will dir helfen dahin zu kommen zu dem Zielbild als er dich geschaffen hat und das Zielbild bei der bei unserer Erschaffung ist immer Jesus gewesen Jesus war auch das Urbild nachdem Gott uns geschaffen hat der ältere Paulus in Titus 3 fasst so ein bisschen die Fülle der Rettung so zusammen doch dann ist die Güte Gottes unseres Retters und seiner Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden und er hat uns gerettet nicht etwa weil wir so gehandelt hätten wie er von ihm recht wäre sondern einzig und allein weil er bar mit uns hatte durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen der Geist Gottes ist dieses unverwechselbare Merkmal für einen normalen Christen das Kommen des Geistes Gottes auf Jesus dann auf seine Gemeinde das ist das Identitätsmerkmal im Neuen Testament das dieses neue Reich diese neue Epoche begonnen hat der Heilige Geist ist so entscheidend für das Volk Gottes dass er uns ausrüstet befähigt das zu werden was die Propheten mich damals im Alten Testament vorausgesehen haben und das war immer wie wir gehört haben heute Abend dem Geist Gottes verbunden da hinzukommen das kümmern nicht aus unserer eigenen Kraft so können wir sagen dass die Rettung Gottes erst vollständig ist durch die Arbeit des Heiligen Geistes die Gemeinde ist an Pfingsten entstanden sagen wir ja auch der Geist Gott macht uns ganz macht uns heil macht uns vollständig macht uns komplett und ich habe gedacht ich will eigentlich nicht nur gerecht vor Gott stehen sondern ich ähnlicher ähnlicher werden das ist glaube ich das Ziel der beste Fabi zu sein der ich sein kann der Fabi zu sein den Gott sich bei meiner Schöpfung gedacht hat und die Gemeinde ist dieser Ort wo jeder willkommen ist dazu zu stoßen aber der Gemeinde ist auch der Ort wo niemand so bleiben sollte so niemand bleiben muss wie er gekommen ist das Traurigste ist eigentlich wenn jemand in eine Gemeinde kommt und mit jemandem spricht der schon 30 Jahre da ist und die anderen sagen ja ist schon immer so da ist was schiefgelaufen glaube ich wenn der schon immer so ist und der kommt schon 30 Jahre in die Gemeinde oder bleibst so wie du bist ja sag man ja gerne am Geburtstag bleibst so wie du bist so ist gut das wäre heute glaube ich so haben wir jetzt hoffentlich ein anderes Verschindes dafür ist es immer Veränderung nötig notwendig und dazu brauchen wir den Geist Gott zum Jesus ähnlicher zu werden das heißt das wirken des Geistes Gottes ist notwendig in unserem Leben dass er uns neu macht aber auch dass er die ganze Welt neu macht und Hoffnung die sich in Welt hinaus bring und die Veränderung die in uns als Licht als Zeichen dafür egal wie tief man in der Dunkelheit im Schlamm war dass es möglich ist verändert zu werden heil zu werden und dafür sagt Paulus ja wurde auch erwählt er ist der Schlimmste von allen um zu zeigen wie groß Gottes Gnade und Größe ist ich will nicht dass wir so jünger sind wie Apostel Gichte 19 den Geist Gottes noch nicht empfangen hatten seiner Fülle ich will nicht eine verkrümmte Nachfolge leben wo ich nicht in der Lage bin am Reich Gottes teilzuhaben ist gut und würdig zu repräsentieren und dazu brauchen wir den Geist Gottes und darum weiß auch Paulus deswegen gibt es diesen Vers in Epheser 5 18 wo er von der Erfüllung des Geist Gottes redet lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen und dieser Vers ist so wichtig weil diese Zeitform die hier steht eine Zeitform ist die deutlich macht dass es nicht ein einmaliges Erlebnis ist sondern andauernd geschehen soll immer und immer wieder dass es kein Ende hat die Erfüllung und das sollte darf will unser tägliches Gebet glaube ich sein immer wieder neu mit dem Geist Gottes erfüllt zu werden und ich glaube wenn wir das noch nicht regelmäßig beten er hat das glaube ich damit zu tun dass wir noch nicht um unsere eigene Schwachheit und Abhängigkeit in der Tiefe eigentlich wissen denn wenn ich um diese Not weiß wie sehr ich auf den Geist Gottes angewiesen bin dann bete dann bete glaube ich auch häufiger dafür dass der Geist Gott ist mit seiner Kraft erfüllt mit Liebe und Freude und bete ich da weil ich das rum um meine eigene Not weiß und dahin will ich mit euch kommen das ist einer meiner Schritte ins Leben auch heute fange an dafür regelmäßig zu beten egal ob du schon einmal mehrfach oder noch nie mit dem Geist Gottes getauft worden bist wir dürfen darum bitten regelmäßig täglich wir haben es nötig ich habe ein schönes Gebet von John Stott zum Abschluss gefunden wie ich finde alle Aspekte die wir heute besprochen haben enthalten sind und dieses Gebet hat John Stott ein großer Theologe aus dem 20. Jahrhundert jeden Tag gebetet und du bist eingeladen dieses Gebet zu deinem Gebet auch zu machen himmlischer Vater ich bitte dich dass ich an diesem Tag in deiner Gegenwart lebe und dir immer mehr gefallen kann Herr Jesus ich bitte dich dass ich heute mein Kreuz auf mich nehme und dir folge Heiliger Geist ich bitte dich dass du mich heute mit dir erfüllst und deine Frucht in meinem Leben reifen Liebe Freude Frieden Geduld Freundlichkeit Güte Treue Sanft und Selbstbeherrschung und darum bitten wir Geist Gottes du uns erfüllst mit deiner selbst Kraft dir zu dienen dir nachzufolgen Herr wir bekennen dass wir so oft nicht wissen wie sehr wir dich nötig haben zeig uns unsere Abhängigkeit und gib gerne deinen Geist danke dass du in deinen Nachfolgern lebst dass wenn wir bekennen dich als unseren Herren zu haben dass du schon in uns lebst und wir beten neu für diese Fülle in unserem Leben dass die Frucht deines Geistes Raum hat sich zu entfalten dass wir dir ähnlicher werden Herr und dazu brauchen wir dich so sehr schenk jedem einzelnen hier vor Ort oder auch jetzt zu Hause am Livestream diese Fülle auf neue Weise lass uns Anteil haben an diesem lebendigen Wasser das Leben schafft das Frieden hervorbringt und das ansteckend ist für alle die da draußen so durstig sind danke Herr dass du in uns lebst diese Wahl ist zu groß zu begreifen und dafür loben und preisen wir dich der du nahe bist der du für uns gestorben bist wir lieben dich von ganzem herzen unser Leben soll dir gefallen hilf uns dazu Jesus danke dass du genug bist dass du alles bist was wir brauchen in deinem Namen Jesus bete ich Amen der Schritt ins Leben zum weiterdenken für zu Hause für eine live group die gerade zugeschaltet ist was für eine beziehung hast du zum heiligen geist es ist eine person es ist nicht nur eine kraft woran kann man erkennen dass jemand den geist jesu hat was macht dich an dieser Frage nervös und was stimmt dich hoffnungsvoll gibst du in deinem Leben dem Heilige Geist Raum zu wirken und ich bin der Überzeugung dass es dafür eine gewisse Grundoffenheit braucht ganz besonders wenn wir über die Geistes Gaben reden in welchem Bereich merkst du vielleicht gerade momentan in deinem Leben wie der Heilige Geist an dir arbeiten will und wie kannst du mitwirken wie kannst du es zulassen wie kannst du dich dafür öffnen und dich nicht verschließen oder verhärten und zumachen glaubst du dass du immer noch gar wie lange du Jesus nachfolgst immer noch Erneuerung und Herstellung nötig hast wir wir noch nicht am Ziel niemand von uns wir haben es alle noch nicht ergriffen wie Paulus sagt aber wir strecken es danach gemeinsam aus abschließend fangen wir an jeden Tag jeden Morgen neu einfach für die Kraft Gottes für die Fülle des Heiligen Geistes zu bitten und dann habe ich die große Zuversicht wird Gott auch etwas bewegen in deinem Leben in diesem Sinne bin ich zum Ende wenn es Fragen gibt könnt ihr die noch äußern ansonsten auch gerne noch bin ich noch persönlich da oder meldet euch auf den bekannten wegen bei mir genau auf den bekannten wegen könnt ihr euch auch bei mir melden im Nachklang auch noch fabien.mumbach at fackelträger.de da könnt ihr mich erreichen ansonsten freue ich mich immer wieder Feedback über Bewertung wenn es dich segnet umso mehr freue ich mich darüber dann war es das wert das nochmal aufzuarbeiten teils gerne sag es weiter Gemeinde Hauskreis wie auch immer da ist glaube ich viel zu holen in diesen Überblicken die wir hier machen so einen roten Faden zu kriegen durchs Neue Testament durchs Alte Testament das habe ich auf andere Stelle hochgeladen vielleicht kommen es nochmal hierher genau vielen Dank ich wünsche dir Gottes Segen und dass du dich immer wieder fühlen lässt mit dem heiligen Geist der dich befähigt der dir nahe ist und der ist lieb mit dir unterwegs zu sein mach's gut und bis zum nächsten Mal bist zu dir dass und du dich hast Vielen Dank.